Mein Name ist Christoph Döbler, wir befinden uns hier auf der Feuerwache West auf dem Flughafen Leipzig Halle. Feuerwehr war schon immer meine Leidenschaft und mein Hobby und ich habe mein Hobby bzw. meine Leidenschaft nach mehreren Jahren dann zum Beruf gemacht. Das ganze Einsatzspektrum ist natürlich abwechslungsreicher und es gibt ganz unterschiedliche Szenarien vom auslaufenden Öl bis zum Triebwerksbrand, heiße Fahrwerke, austretende Flüssigkeit in den Fliegern. Der Unterschied zur Berufsfeuerwehr ist, dass wir ein ganz anderes Einsatzspektrum haben und natürlich die Technik, die riesen Löschfahrzeuge, das ist schon faszinierend. Wir haben natürlich auch jede Menge Wasser an Bord, die man jetzt draußen bei einer Berufsfeuerwehr nicht hat, was man natürlich bei der Flugzeugbrandbekämpfung benötigt.